Siehst, bist du wieder gesund und munter. Denk daran, ein kluger Splicer ist... Halt! So, die hat gesessen. Otto treibt Zucker. Cool. So. Hier sind auch wieder die ganzen Planetenteile. Dann habe ich gesehen, Zirkus der Werte, Verkaufsladen. So, erstmal hacken. Mit dem Autohacker. Einmal. Uff. Komm. Schrot. Panzer brechen. Alter. Jo, jo, jo. Alter Schwede. Ich soll mal voll die Abzocke. Lüftungsschacht. Mit Bandage. Mit einer Kassette. Und mit einem Safe, den ich erstmal hacke. Mit einem Maudo-Hacker. Ach du Scheiße. So. 53 Dollar. So, dann wird er hier. So, ich panzerbrechte Kugeln oder soll ich noch... Nee. Das Geld hebe ich erstmal auf. Wer ist Atlas? Du wirst vielleicht einiges über mich hören. Wie die nun da auf meinen Namen stoßen. Ja, es gab mal eine Zeit, da habe ich mich für Politik interessiert. Aber im Grunde ist das doch nur eine Ausrede, um andere Leute umzubringen. Ich bin damit fertig. Ich will nur noch eins. Endlich die Sonne wiedersehen. Wow. U-Invent und Gen-Bank. Ha, habe ich dich. Fuck ich... Alter, habe ich die noch nicht fertig? Ja, kein Ding. So. Ich dachte, die hätte ich schon fertig untersucht. Maschinengewehr. Die Leiche. So, schauen wir mal. Okay. Hacke ich erstmal? Ja, doch hacken. Diesmal auf diese Art. Ganz normal. So. Perfekt. Und fertig. Das sieht schon besser aus. Soll ich mir jetzt so ein Ding oder Panzer brechen? Komm. Autohacker. Brauche ich dich wieder. Verbandskasten. Lagerkiste, die leer ist. Wunderbar. Gott sagt, wie lange nehme ich denn jetzt auf? Wow. Alter. Seit wie lange nehme ich denn jetzt auf? Sind auch schon fast zwei Stunden. So, wo bist du? So. Okay. Wow. Ein, zwei Kugeln und schon tot. So. Wieder genügend Geld. Moment, wenn ich jetzt genügend Geld habe, dann mache ich es doch so. Willkommen im Zirkus der Welt. Okay. Zack. So. Panzerbrech der Pistolenkugeln. 24 Maximum. Schrot. Nee. Dann lieber filmen. Noch ein Film. Noch filmen. Und noch filmen. So. Perfekt. Wow. Okay. Sehr schön. So. Rosie. Perfekt. Was? Fotografers Eye 2. Jeder hat eine geheime Schwäche beim Mitteln. Ist nicht wahr. Erhöht man sich die Fotografie beim Fotografieren? Geil. Okay. Dann mal los. Bin ich gespannt. Alter, ich will so viele Punkte wie möglich hier rausholen. Tatsächlich Bonus. Plasmid Bonus. Okay. Wohin gehst du? Du gehst hier hin. Gibt es hier... Ja. Dann gibt es eine Little Sister. Okay. Nachladen. Nachladen. So. Ion. Ja doch, ionischer Schrot. So. Eine Splittergranate erstmal. Dann hier. Panzerbrechende. Kontaktmine. Kontaktmine. Komm, dann fotografiere ich erstmal noch die Little Sister, bevor ich dann das hier in Angriff nehme. Komm, klopf an. Klopf an. Jetzt... 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 Jetzt müsste aber einer rauskommen, oder? Ich wollte es sagen. Ich bin kaputt. Ich bin kaputt. Ach. Ach, schön. Ach, schön. So. Hey, ich tue ja nichts. Ich bin nur Fotograf. So. Au. Nochmal. Komm, die Leiste kriege ich doch voll, oder? Ach, scheiße. Okay. Wärmesuchte. Panzergranate? Geil. Bärns. Bärns. Oh, oh. Pärn. Pärfekt. Pärfekt. So. Komm her. Doch. Junge, Junge, Junge. Danke. Kein Ding. Komm, ab nach Hause mit dir. So. Wo war denn hier? Hier war doch irgendwo. Sag mal, wo ist denn hier? Hier war doch irgendwo. Gather's Garden. Ah, da. So. Kampftonika. Technik. 80. 160. Ich könnte auch mir zwei Blasmid-Slots kaufen. Komm, einmal Technik. Verringertschwierigkeit. Ja. Das könnte ich gebrauchen. Ins Latt legen. Kampftonika. Körpertonika. Komm, Körpertonika. Vielleicht etwas mehr Gesundheit. Körpertonika. Boah. Komm, Dieb. Mach ich mal rein. So, und das war's. Ich hab nicht genügend Adam. Wird schon hinhauen. Wird schon schief gehen. So. An der Oberfläche habe ich einst einen Wald gekauft. Die Parasiten behaupteten, das Land gehöre Gott und verlangten, dass ich dort einen öffentlichen Park errichten sollte. Deshalb. Damit das gemeine Volk und offene Mund unter dem Immelszelt stehen kann? Und so tun kann, als wäre es das Paradies, das es sich verdient hätte? Als die Regierung meinen Wald verstaatlichen wollte, habe ich ihn mit eigener Hand niedergebrannt. Nicht Gott hat die Sahnen für dieses Arcadia gesät. Ich weiß. So. Stell fotografieren. Erhöhter Schaden. Cool. Autohacker. Jetzt hab ich eine RPG auf meiner Seite. Geil. So. Dann erstmal noch hier hoch. Da war nämlich doch was. Genau. So. Wow. So. Erstmal fotografieren. So. Komm, das ist doch ein gutes Bild. Warum kriege ich da nur C? Egal. Erhöhter Schaden ist immer gut. So. Niemals kommen sollen. So. Als wir hier ankamen, fing Marsha sofort an zu schreien. Mama, Mama, was ist das? Was ist das? Ich dachte erst, sie hätte so eine Art Anfall. Und dann wurde mir klar. Bäume. Bäume. Sie hatte noch nie zuvor einen gesehen. Und hielt sie für ungeheuer. Oh Sammy. Vielleicht hätten wir niemals hierher kommen sollen. Hm. Okay. Das ist schon ein bisschen peinlich. Wenn man sowas noch nie gesehen hat. Aber gut, es ist Rapture. Ich meine. Ach. Alles ist unter Wasser. Was sieht man da dann bitteschön aus dem Ozean? Rapture Metro. Cool. Da müssen wir lang, oder? Gucke ich jetzt mal was hier. Oh. Ha. Perfekt. So. Erhöhter Schaden. Nicht schlecht. Hacken. Auf eine normale Art und Weise. So. Zack. Und zack. Dann runter. So. Und so. 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 Das war Schwachs. Ne. Das geht. Das geht. Perfekt. Fertig. So. Oh. Da gibt's Kaffee. Hier gibt's Bandagen. Hier gibt's die Pistole. Ha. Hacken. Komm. Das krieg ich hin. Wär doch gelacht, wenn nicht. Jetzt muss ich mich aber auch beeilen. So. Dann. Hier. Da. So. Und so. Fertig. Fertig. Ja. Ähm. Gehpatron. Splittergranaten. Könnte ich gebrauchen. Aber die sind teuer wie die Sau. Einsatz. Und Einsatzpistolenkugel. Ja. Muchas gracias, Senor. Ja. Bitte, bitte. Komm. Schau ich jetzt mal was hier gibt. Bei Securis. Oder Securis. Oh. Okay. Ne. Ich hab doch schon alle Little Sisters hier exorziert. Was zum. Wann jetzt los? Was ist das? Was ist das? Ich dachte erst, sie hatte so eine Art Anfall. Und dann wurde mir klar. Bäume. Bäume. Sie hatten ein bisschen noch einen Gewehr. Und schützt sich hier ungeheuer. Oh, Sammy. Vielleicht hätten wir niemals hierher kommen sollen. Los. Los. Hilfst mit den Saturn, Jüngern. Alter. Juliet. Was? Julia Langford? Oder wie? Julie Langford, okay. Komm, komm. Ach, geht drauf. Geh doch. So. Napalm, Chlorophyll und was weiß ich noch alles. Arcadia Merlet, Trohe, äh, komm, erneut suchen. Nix, okay. So. Ein Altar mit Katzenfutter. Und umsonsten gar nichts. Oh, die Saturnjünger. Meint wer? Sie bekleiden sich mit Blättern und nennen sich die Saturnjünger. Naja, sie trinken menschliches Blut und singen geisteskranke Sprechchöre. Sie glauben, sie wären beseelt von altertümlichen Gottheiten. Ha, dass ich nicht lache. Alternde Mitglieder einer Bruderschaft sind sie, die Plasmide schlucken und es Ambrosia nennen. Ja, zwei Filme, leere Spritze, sehr schön. Hier auch wieder jede Menge Zeichen. Leiche, die wurde ja schon durchsucht. Die verdammte Stadt ist nur gebaut, dass bei einem Notfall wie diesem hier kein Mensch rauskommt. Entweder wir bekommen wieder gesunde Bäume oder du bleibst für immer hier unten. Okay, okay. Kaffee. Wacklopf für Ivo, oder? Aber hallo. Lass uns los. Sammle ein Rosenmuster-Exemplar ein? Okay. Alter. So, jetzt hab ich dich. So, erstmal durchfotografieren. Wenn das mal gut geht. Au. Verbandskasten. Hm. Hier gibt's nur Munition. Da ist doch die Grotte, oder? Ach, okay. Ich muss hier hoch. So, jetzt hab ich wieder ordentliche Menge Eve. Oder ist das ordentlich? Okay, jetzt haben wir nicht Punkte. Cardia Taylor. What the... Fuck, ist Splicer? Durchfotografieren? Fuck, das ist die Grotte.